Da das genauso sein wird und das nur böse rumgefahren ist, habe ich wirklich Bock auf was kranket. Oh, was kranket. Habe ich auch schon mal gemacht. Oh, eine Verfolgung sagt. Gegen die Police. Ist ja kein Wunder, ne? Wie sieht es aus? Sie sieht auch schon krass aus. Wir kommen überhaupt noch abseits für diese Spur, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keinen Bock so was zu googeln, ne? Ja, nicht wirklich. Ey, komm, Latine. Jalla. Ja komm, du bist doch schon fertig. Man kennt es nicht. Es lädt einfach. Ja, ich weiß, es ist ein Szenario, aber trotzdem Däger. Ja, heute noch. Ja, ja, bla bla bla. Scheiße, ich habe nicht gelesen. Ja, alles klar. Ich habe nicht gelesen. Ja, alles klar. Du bist so dieser Mini-Wender. Höh! Scheiße! Ja, Mannaschana! Wir sind nach Fahrbrett. Ich frag mich, wie ich sie vor sich gerade rauskommen habe. Äh, äh... Wo ist denn diese Pisse? Wo ist die Schlange? Scheiße, witzig. Wo ist der Zweite? Mann, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie ich sie voran mache. Scheiße. Da kann ich... Lol. Äh, ich wollte wieder über ein Auto reparieren lassen, ne? Tokyo Drift! Oh, 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 oh... Ah, come on. Ich hätte es fast geschafft. Kein Profi hier. Mann, was lab ich das auf da? Da haben wir Wern gesehen. Safe. Der ist rechts abgebogen. Ich weiß nicht warum, aber wie viel ich bock dich zu verfolgen. Ein boah, ich will... Ja, das ist der... Mann, ihr und ich krieg die Kurve nicht, oder was? Das fackt mich schon wieder ab an solchen Schuss-Polizei-Autos. Und allgemein an solchen Autos. Du kratzt dich gerade nicht. Ja, das ist ein Minivan. Ein verfickter Minivan, der hat ja jetzt schon verloren. Also, der Loh will ich nicht bei der Polizei arbeiten, oder? Schwer, ich werde davon nicht gemacht. Aber eins hätte ich wirklich durchgezogen. Bei so einer Übelverfolgungsschein, die hat er einfach um Gas gedrückt. Andere strecken so ein bisschen ab, dann machen sie Abstand, haben gebockt. Und so... Ich würde den hier drin dämmeln, so lange bis die Scheisskiste aushört. Ich schwöre, ich hätte richtig Bock dazu. Das Auto tut da ficken, oder? Das wäre wieder so eine halbe Tür verloren, ich würde trotzdem drauf halten. So lange bis der Motor abkackt. Kannst du mal auf eine Gerade fahren, Digga? Ich kann nicht die Menschen einholen. Ja, was ist das für eine Passage? Ich muss aber vorher einfach raus anfahren. Ja, der Blick ist ja kein Gegenverkehr. Da ist schwer, sonst rennimmt damit. Obwohl, die hätten ein Schaf passen müssen. Ja? Kannst du mal... Ja, ich werde ihn so hinten rein rannen, ne? Ich werde ihn die Hecktüren rausknallen. Komm, Bro, ich werde dich ficken, Alter. Ich nehme dich jetzt so richtig Doggystyle von hinten. Oh mein Gott, statt 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 statt. Brennen, Brennen. Nein! Oh mein Gott, Glück gehabt. Ich habe gedacht, wir knallen, jetzt volle Kanäle gehen. Bro, hier sind keiner. Was ist denn? Hey? Erfolg. Ich wollte ihn na übels in die Seite rennen damit. Aber warum auch immer, ist er jetzt dagegen gefallen. Gut, das war das Szenario. Viel. Wir fahren jetzt bis hoch rein. Na scheiße, das war das. Okay, das war das Video heute darin. Abonnieren, ich vergesse. Bis zum nächsten Mal.